Hallo, mein Name ist Alex Ketzler von ZTO.de. Wir präsentieren Ihnen eine große Auswahl von Produkten rund um Büro-, Betriebs-, Lager- und Transportausstattung und achten aber immer auf Top-Qualität und ein optimales Preis-Leistungs-Verhältnis. Lassen Sie sich überzeugen! Ideal präsentiert Den Büro-Aktenvernichter 2604 Mit Automatikmodus und 260 mm Arbeitsbreite. Unser innovatives Schaltelement EZ-Switch sorgt für eine einfache und intuitive Bedienung. Der laufruhige, kraftvolle 640 Watt Wechselstrommotor mit Twin-Antrieb vernichtet bis zu 32 Blatt im Streifen und bis zu 27 Blatt im Partikelschnitt. Auch CDs und DVDs können mit allen Schnittvarianten geschreddert werden. Die elektronische Kapazitätskontrolle ECC unterstützt staufreies sowie rationelles Arbeiten. Unsere Präzisionsschneidwerke mit gehärteten Vollstahlmesserwellen stehen für Langlebigkeit und Zuverlässigkeit mit 30 Jahren Garantie. Als Eingriffsschutz und Teil des SPS-Sicherheitspakets setzt unsere einzigartige elektronisch kontrollierte Sicherheitsklappe die Standards in puncto Bediensicherheit. Unser hochwertiger Kunststoff-Schnittgutbehälter mit 100 Litern Auffangvolumen ist leicht und sauber zu entleeren. Selbstverständlich verfügt dieses Gerät über einen umweltfreundlichen Energiesparmodus. Ideal. Qualität made in Balingen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Bestellen Sie jetzt online unter www.zteo.de oder telefonisch unter 0803 23 78 36. Wir würden uns freuen, Sie als Kunde bei zteo.de begrüßen zu dürfen. ZEO.de